so meine letzte nacht in brasilien morgen geht es auf nach bolivien jetzt bin ich endlich an der grenze angekommen nach einer langen reise mal wieder die letzte stadt war schön ich hatte ein erstes instagram date überhaupt eine spontane nette person sprach leider nur portugiesisch aber naja man kann sich auch mit wenig worten verständigen ja